DW Deutsch lernen mit Nachrichten Montag, 24. Juni 2019, 9 Uhr in Deutschland. Oppositionskandidat Imam Olu will mit Erdogan zusammenarbeiten. Als Neubeginn für die gesamte Türkei hat Ekrem Imam Olu von der oppositionellen CHP seinen Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul gewertet. Die 16 Millionen Einwohner hätten den Glauben an die Demokratie erneuert, sagte der 49-Jährige vor jubelnden Anhängern. Imam Olu kündigte an, er wolle mit Präsident Recep Tayyip Erdogan harmonisch zusammenarbeiten, um die dringendsten Probleme Istanbuls zu lösen. Imam Olu hatte 54% der Stimmen bekommen und damit rund 800.000 mehr als sein Rivale von der regierenden AKP Binali Yildedim. Dieser kam auf 45%. USA wollen weltweite Koalition gegen Iran Im Konflikt mit dem Iran will die Regierung in Washington eine weltweite Koalition aufbauen. US-Außenminister Mike Pompejau sprach von einer Koalition, die sich nicht nur über die Golfstaaten, sondern auch über Asien und Europa erstrecke. Pompejau bezeichnete den Iran dabei als größten Sponsor des Terrors auf der Welt. Die USA wollen an diesem Montag neue Sanktionen gegen den Iran verhängen. Das iranische Militär drohte, eine weitere US-Drohne über dem Persischen Golf abzuschießen. Am vergangenen Donnerstag hatte Irans Militär bereits eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen. Tausende Georgier demonstrieren gegen Regierung und Putin. Den vierten Tag in Folge sind in Georgiens Hauptstadt Tiflis tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie zogen vor das Parlament. Ihr Protest richtete sich gegen Russland und die Georgische Regierungspartei Georgischer Traum, die von dem Oligarchen Bicina Ivanishvili geführt wurde. Auf Plakaten verurteilten die Demonstranten den Einfluss des Oligarchen auf die Politik des Landes. Die Georgier befürchten, dass auch der Kreml seinen Einfluss auf die ehemalige Sowjetrepublik ausweiten könnte. Boris Johnson verliert nach häuslichem Streit in Wählergunst. Bislang galt Boris Johnson im Rennen um den Parteivorsitz der britischen Konservativen und die Nachfolge von Regierungschefin Theresa May als haushoher Favorit. Doch nach einem lautstarken Streit mit seiner Freundin und einem Polizeieinsatz gerät Johnson unter Druck. Er verliert an Boden gegenüber seinem innerparteilichen Rivalen Jeremy Hunt, wie aus einer Umfrage der Zeitung Mail on Sunday hervorgeht. Unter konservativen Wählern fiel Johnsons Zuspruch von 55 auf 45 Prozent, während Hans' Zustimmungsquote von 28 auf 34 Prozent stieg. Hussi-Rebellen greifen saudischen Flughafen an. Jemenitische Hussi-Rebellen haben mit einer Drohne wieder den internationalen Airport Abhar im benachbarten Saudi-Arabien angegriffen. Das Geschoss schlug nach offiziellen Angaben auf dem Parkplatz vor dem Flughafen ein. Ein Syrer wurde getötet, 21 weitere Zivilisten wurden verletzt, wie das saudische Staatsfernsehen meldete. Saudi-Arabien, das eine Militärkoalition anführt, die im Jemen gegen die schiitischen Houthis kämpft, sprach von einem terroristischen Angriff. Vor anderthalb Wochen hatten die Houthis den Flughafen Abhor mit einer Rakete beschossen und 26 Zivilisten verletzt. Englands und Frankreichs Fußballfrauen im WM-Viertelfinale Die Fußballfrauen von Gastgeber Frankreich haben bei der Heim-Weltmeisterschaft mit Mühe das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainerin Corinne Diacre setzte sich im Achtelfinale in Le Havre erst in der Verlängerung mit 2 zu 1 gegen Brasilien durch. Zuvor war England, begleitet von heftigen Protesten der Gegnerinnen aus Kamerun, ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Trainer Phil Neville gewann in Valenciennes nach mehreren Eingriffen des deutschen Videoreferees Bastian Dankert mit 3 zu 0. Soweit die Meldungen von Montag, dem 24.06.2019.